Ich würde den Bewerbern auf jeden Fall mitgeben, dass sie motiviert sind, hier arbeiten zu wollen und auch während des Vorstellungsgesprächs zeigen, dass sie eine Leidenschaft für etwas haben. Die Teamfähigkeit, die wichtigste Fähigkeit ist, die man hier haben sollte, weil Bosch PT wirklich ein großes Team ist, das auch zusammenarbeitet. Und mein größtes Highlight, das passt nämlich genau direkt dazu, ist unser Besuch in Serbien gewesen bei unseren Kollegen. Der Standort Leinfelden gefällt mir so gut, weil er super angebunden ist. Also jetzt nicht nur, weil ich in Möhring wohne und in sieben Minuten mit der Bahn da bin, sondern weil er auch direkt strategisch gut gelegen an der Autobahn liegt. Aktuell bin ich im Marketing CRM Team und ich bin zuständig für die Kommunikation und das Design unseres Newsletters, den wir global rausschicken für all unsere Business Units. Ich komme dazu zum Beispiel nach der Arbeit noch zum Sport zu gehen und das macht mich einfach ausgeglichen. Und ich denke, wenn man ausgeglichen ist, leistet man auch mehr bei der Arbeit. Also die Work-Life-Balance bei Bosch PT ist sehr gut. Wir erleben es wirklich, agil zu sein. Zum Beispiel haben wir bei uns die Sprintplanung, in der wir die Kampagnen aufsetzen währenddessen. Und das hat mir gezeigt, dass nicht nur über Agilität geredet wird, sondern dass man es wirklich auch umsetzt. Eine Woche, nachdem ich angefangen hatte, wurde ich total gut geonboardet oder direkt von Anfang an, wurde ich super geonboardet. Und es gab auch ein tolles Onboarding-Programm, wo man sich anmelden konnte und da kamen dann mehrere neue Kollegen zusammen und wir haben uns alle kennengelernt und haben gemeinsam die Werte von Bosch Power Tools erörtert und haben geschaut, inwieweit Bosch seine Werte wirklich auch lebt. Und es war wirklich interessant und man hat auch die anderen Bereiche kennengelernt. Und es war wirklich interessant und wir haben uns alle kennengelernt. Und es war wirklich interessant und wir haben uns alle kennengelernt. Und es war wirklich interessant und wir haben uns alle kennengelernt. Und es war wirklich interessant und wir haben uns alle kennengelernt. Und es war wirklich interessant und wir haben uns alle kennengelernt.